Nicht 85, sondern der Shredder, Anführer des Feet Clans, Hauptgegner der Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich weiß nicht genau, von wann er ist. Anfang der 90er nehme ich an. Playmates Idealfigur aus einer Reihe zur Zeichentrick-Serie. Dabei hat er den gerade umkippenden, äh, okay, jetzt ist er selber umkippt, hier dieses Dingelchen. Es ist ein Bambusgerät. Man kann die Wurfsterne und die anderen Waffen abmachen. Dann ist nur noch übrig der Rahmen, der ein Waffenständer ist. Unbespielt. Der Shredder selber hat, äh, ja, Kleidung an. Hier, so sieht er von hinten aus. Ich drehe ihn. Arme sind beweglich, Kopf ist beweglich, Füße sind mehrfach beweglich, also Beine. Das ist der Shredder. Ich kenne dich.